Call of Duty hat eine Übersicht über die neuen Extras in MW3 veröffentlicht und grundsätzlich mag ich das neue System nach wie vor recht gerne. Man hat die Handschuh, Stiefel und Gear, das sind die Extras, kann man sagen, von der Wirkungsweise und dann hat man aber jetzt auch noch Westen. Und Westen haben auch Fähigkeiten von Extras, sind aber oft ein bisschen besser als ein normales Extra. Dafür gibt es bei den Westen zum Teil auch Nachteile. Und so ist die ganze Sache praktisch aufgebaut. Westen sind stärkere Extras mit Nachteilen, Handschuhe, Stiefel und Gear sind normale Extras. Und die Eigenschaften von Westen und Extras überschneiden sich manchmal und dadurch hat man halt auch die Möglichkeit ein bisschen besser zu überlegen, will ich jetzt die Weste mitnehmen, die zum Beispiel auch dafür sorgt, dass ich schneller nachladen kann oder nehme ich Handschuhe dafür mit, die das auch machen. So hat man eben mehr Möglichkeiten, seine Klasse zusammenzustellen. Eine Sache, die ich allerdings jetzt schon vermisse, ist Zusammenflicken. Damit hat man sein Leben direkt wieder regeneriert, wenn man einen Kill gemacht hat. War extrem gut, um aggressiv zu spielen in MW2 und in den Call of Duties davor. Und da scheint jetzt überhaupt nichts mit dabei zu sein, was ich sehr schade finde. Ich meinte ja schon in meinem Beta-Feedback-Video, dass ich finde, dass sich das Leben zu langsam regeneriert und dass ich auf jeden Fall Stim und Zusammenflicken brauche. Stim ist mit dabei. Beim Spiel, wenn es rauskommt, Zusammenflicken aber nicht. Hier gibt es aber noch ein bisschen Hoffnung. Sledgehammer Games selbst hat gemeint, dass weitere Extras kommen könnten nach Release. Die haben da geschrieben, die folgenden Ausrüstungen werden zum Start des Spiels verfügbar sein. Weitere Ausrüstungen verschiedener Art könnten nach dem Start erscheinen. Und ich hoffe, dass da vielleicht auch Zusammenflicken dabei ist. Hoffentlich dann direkt bei Season 1. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Dann schauen wir uns mal alles an, was wir bekommen. Starten hier mit den Westen. Und ich werde auch über Gegenstände schauen, die wir während der Beta schon spielen konnten. Einfach damit man hier nochmal eine schöne Übersicht hat. Und den Anfang, den macht die Infanterie-Weste. Die sorgt dafür, dass man einen längeren Taktik-Sprint hat. Und der Taktik-Sprint lädt sich schneller wieder auf. Dann haben wir die Engineer-Weste. Die sorgt dafür, dass man zwei taktische Granaten mit dabei hat. Dafür keine normale Granate. Aber man kann zwei Gears mitnehmen. Und gegnerisches Equipment. Feldausrüstungen und Streaks werden durch Wände angezeigt. Was natürlich ganz cool ist. Wenn man da drauf visiert, also anvisiert, auf so einen Gegenstand. Dann wird der markiert für seine Teammates. Und die eigene Feldausrüstung, die lädt sich schneller auf. Kann also in manchen Situationen auf jeden Fall ganz nett sein. Dann gibt es die Gunner-Weste. Die sorgt dafür, dass man zwei Primärwaffen mitnehmen kann. Dafür keine Sekundärwaffe natürlich. Also hier ist Overkill mit dabei. Das Overkill-Extra, das wir kennen. Aus anderen Call of Duties. Dafür kann man keine Stiefel mitnehmen. Aber man startet mit maximaler Munition. Und man kann schneller nachladen. Dann gibt es die Demolition-Weste. Hier hat man zwei normale Granaten mit dabei. Aber auch eine Sekundärgranate. Also die wird jetzt hier nicht entfernt. Und alle Granaten laden sich alle 25 Sekunden wieder auf. Oder halt Equipment, wenn man da was mitnimmt. Also hier hat man Auffüllen mit dabei als Weste. Dann gibt es eine ziemlich gute Weste. Die CCT-COMS-Weste. Die aber für die ganzen Möglichkeiten auch einen großen Nachteil hat. Und zwar kann man überhaupt kein Equipment mitnehmen. Keine Stims, keine Granaten, keine taktischen Granaten. Das fällt alles weg. Man kann nur eine Feldausrüstung mitnehmen. Aber man hat zwei Gearslots, die man ausrüsten kann. Gegner werden länger auf der Minimap angezeigt. Also wenn die zum Beispiel schießen ohne Schalldämpfer oder durch eine Drohne angezeigt werden. Dieser rote Punkt, der wird länger angezeigt. Dann wird die eigene Minimap rausgezoomt für eine bessere Übersicht. Und das für einen selbst und für Teammates in der Nähe. Was sich ein bisschen komisch anhört. Also wechselt dann die Zoom-Stufe bei den Teammates die ganze Zeit. Das könnte auch nervig sein. Schauen wir mal. Dann lassen Gegner Intel-Pakete fallen. Also sowas wie Plünderer-Pakete. Da kann man drüber laufen. Und wenn man das macht, dann gibt es den Radar-Ping. Also einen kleinen Ping auf der Minimap für sich selbst und für seine Teammates. Und so weiß man halt schon immer ganz schön gut, wo die Gegner gerade sind. Also das ist eine wirklich krasse Weste. Und dann gibt es die Overkill-Weste, die kein Overkill hat. Bei der Overkill-Weste ist es nämlich so, dass man Waffen schneller wechseln kann. Nachladen kann beim Sprinten. Dafür hat man allerdings keine Feldausrüstung, die man mitnehmen kann. Also ja, nicht so eine gute Weste, würde ich jetzt mal behaupten. Dann kommen wir zu den Handschuhen und starten hier erstmal mit den Quick-Crip-Handschuhen. Und die sorgen auch dafür, dass man seine Waffe schneller wechseln kann. Also wenn man schneller Waffen wechseln haben will, dann denke ich, nimmt man die mit. Und nicht die Overkill-Weste und hat dafür auch noch seine Feldausrüstung. Also das macht irgendwie ein bisschen mehr Sinn. Dann gibt es die Ordnance-Handschuhe. Die sorgen dafür, dass man Equipment weiterwerfen kann, also Granaten zum Beispiel. Und wenn man eine Granate zurückwirft, dann wird der Timer resettet und die Granate kann eben nicht in der eigenen Hand explodieren. Dann gibt es die Kommando-Handschuhe. Die sorgen auch dafür, dass man beim Nachladen sprinten kann, wie eben die Overkill-Weste. Dann gibt es die Scavenger-Handschuhe, also die Plünderer-Handschuhe. Die machen das, was wir kennen von Plünderer aus anderen CODs. Munition und Wurfmesser wird bei toten Spielern wieder aufgehoben durch diese Plünderer-Pakete, die halt am Boden liegen. Dann gibt es die Marksman-Handschuhe. Die sorgen dafür, dass man weniger Waffen-Sway und weniger Waffen-Flinch hat, wenn man anvisiert. Und Waffen-Sway ist einfach das langsame Bewegen der Waffe. Das machen alle Waffen in den neuen CODs. Und der Waffen-Flinch ist das Zurückzucken der Waffe, wenn man angeschossen wird. Also das sind auf jeden Fall coole Handschuhe, nicht nur für Sniper, eigentlich für fast jeden. Und dann gibt es am Ende noch die Assault-Handschuhe. Und die sorgen dafür, dass man beim Springen mehr Genauigkeit hat, wenn man anvisiert und auch schneller anvisieren kann. Also ganz gute Handschuhe fürs Aggressivspielen, würde ich sagen. Dann kommen wir zu den ganzen Stiefeln. Da haben wir erstmal die Lightweight-Boots. Die sorgen dafür, dass man schneller laufen kann, schneller schwimmen kann und man hat keine Schwimmgeräusche mehr. Also es gibt keine Wassergeräusche, die irgendwie darauf aufmerksam machen können, dass man da gerade ist. Dann gibt es die Climbing-Boots. Die sorgen dafür, dass man schneller klettern kann und schneller über Kanten klettern kann. Also dieses Kanten-Übersteigen, das geht auch schneller und man bekommt weniger Fallschaden. Bei den Running-Sneakers hat man einen längeren Taktik-Sprint und der Taktik-Sprint ist schneller wieder bereit. Also das ist auch nochmal ein Schuh, den es schon gibt als Weste. Da kann man sich überlegen, was man mitnehmen will. Dann gibt es die Tactical-Pads. Auch wieder gut für Leute, die aggressiv spielen wollen, die rushen wollen. Damit kann man nämlich länger rutschen. Beim Rutschen anvisieren. Man kann schneller zwischen den Positionen wechseln, also zwischen Hocke, Liegen und Stehen. Und man ist ein bisschen schneller in der Hocke unterwegs. Dann gibt es die Stalker-Boots. Die sorgen dafür, dass man eine bessere Strafe-Geschwindigkeit hat. Also das Links-Rechts-Laufen, das ist schneller. Auf jeden Fall eine gute Eigenschaft. Und wenn man anvisiert, hat man da auch ein besseres und schnelleres Movement. Also das sind auf jeden Fall Boots, die ich, denke ich, relativ oft spielen werde. Und am Ende gibt es die Corvette-Sneakers. Und die sorgen dafür, dass man keine Schrittgeräusche hat. Natürlich auch extrem gut. Aber man darf nicht vergessen, die Feldausrüstung Totenstille ist trotzdem mit dabei. Also man kann hier wirklich die Stalker-Boots mitnehmen zum Beispiel. Diese Sneaker für keine Schritt-Sounds weglassen. Und dann als Feldausrüstung einfach Totenstille mitnehmen. Also man hat dieses Jahr wirklich unfassbar viele Möglichkeiten, seine Klasse zusammenzustellen. Finde ich sehr gut. Und was man natürlich auch mitnehmen kann, sind die Gears. Und da schauen wir jetzt drauf. Da gibt es die Tech-Mask. Die sorgt dafür, dass man einen reduzierten Effekt hat bei gegnerischen Flash-Granaten, Stun-Granaten und Gas-Granaten. Es gibt Mission-Control-Com-Link. Damit kostet eine Streak ein Kill weniger. Und die Score-Streaks, die kosten 125 Punkte weniger. Dann gibt es das Bone-Conduction-Headset. Das reduziert die Kampfgeräusche grundsätzlich. Aber Schritte von Gegnern sind besser hörbar und Schüsse von Gegnern. Dann gibt es das Mac-Holster. Damit kann man schneller nachladen. Dann gibt es das Blacklight-Flashlight. Damit werden Schritte von den Gegnern für eine kurze Zeit angezeigt. Kennen wir natürlich schon. Gab es als extra in den letzten CODs. Dann gibt es den LR-Detektor. Damit wird man von gegnerischen Lasern gewarnt und vor gegnerischen Strahlungsquellen. Das Threat-Identification-System sorgt dafür, dass beim Anvisieren die Gegnerorte markiert werden, automatisch, also gepinkt werden. Hier bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob der Ort gepinkt wird oder ob es einen Live-Mark gibt. Letzteres wäre natürlich wirklich gut. Dann gibt es Data-Checker. Gekillte Gegner lassen hier ein Smartphone fallen. Das kann man aufheben. Und dann gibt es einen Radar-Ping von der Location. Also so ein bisschen wie die Eigenschaft von der Com-Svester. Dann gibt es Signal-Jammer. Damit werden gegnerische Claymars und Minen für kurze Zeit außer Gefecht gesetzt. Und man wird gewarnt von nahem gegnerischen Equipment. Mit Hijacked IFF-Strope ist man nicht erkennbar für AI-Systeme, für AI-Streaks, also Geschütze und so weiter. Und man ist nicht sichtbar auf Thermalvisieren. Und es ist so, dass man nicht gehighlighted wird von der taktischen Kamera und von der Recon-Drone von Gegnern. Mit A Ghost TV-Kamo hat man Geist. Allerdings nur, wenn man sich bewegt. Also wenn man sich bewegt, ist man nicht auf der gegnerischen Drohne zu sehen. Auch nicht auf Radargeräten und Herzschlag-Sensoren. Und am Ende gibt es EOD-Padding. Das sorgt dafür, dass man weniger Schaden bekommt bei Explosionen und Feuer, wenn das nicht ausgelöst wird von Killstreaks. Ich finde, da sind coole Sachen mit dabei. Bis jetzt gefällt mir das neue System. Vermissen tue ich aber halt eben zusammenflicken. Habe ich mich schon sehr daran gewöhnt. Ich hoffe, das ist eine Sache, die vielleicht wieder zurückkommt. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar da. Lasst eine Bewertung da. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bewertung da. Bewertung da. Vielen Dank.